hallo freunde der wird in realität schön dass eingeschaltet habt kurzes ankündigungs und info video und zwar bin ich euch noch ein 1000 abo special video schuldig oder ein stream und es gibt am donnerstag um 20 uhr einen live stream von phasmophobia und die drei fragezeichen die ihr da auf dem thumbnail seht die stehen für euch also ich möchte gemeinsam mit der community phasmophobia zocken und da ich momentan noch überhaupt nicht absehen kann wie viele leute da überhaupt bock haben mit mir zusammen phasmophobia zu zocken aus meiner community möchte ich dass ihr mir einfach mal unter die kommentare hier schreibt wer bock drauf hat und dann kann ich sehen wie viele leute das überhaupt sind und wenn es zu viele sind werde ich das so handhaben man eröffnet immer in phasmophobia räume und bekommt man dann ich glaube eine sechsstellige id und die werde ich dann im live stream einfach bekannt geben und das erste mal kann dann sich jeder kann dann jeder mitmachen und joinen wer dann zuerst joint der ist dann halt dabei und wer dann nicht der halt nicht und wenn es dann super viele leute sind die mitmachen wollen da draußen dann wäre es halt für die leute nett die ich schon eingehen mitgemacht haben dass die erst mal abwarten dass andere mitmachen können und dass sie sich nicht direkt dann wieder einloggen sage ich mal das wäre so meine idee wie man das handhaben kann irgendwas jetzt auszulosen oder so wird glaube ich zu schwierig und da ich das ganze gerne live haben möchte ja man hätte auch eine aufnahme oder mehrere aufnahmen machen können aber ich mag einfach live und ich hoffe ihr mögt das auch meine horror live streams und ja ich freue mich mega darauf mit euch zusammen diese horror live streams zu machen oder diesen horror live stream dieses event dieses 1000 abos special event und ich würde mich freuen wenn ihr eines der drei fragezeichen besetzt und ja wenn ihr interesse habt einmal in die kommentare ich habe schon live stream link geplant und der ist auch unten in der beschreibung zu finden könnt ihr gerne auch schon mal drauf gehen könnt ihr euch schon mal notieren sage ich mal und ja ich freue mich auf donnerstag freue mich mit euch gemeinsam phasmophobia zu zocken und ja ich sage mal schönen tag noch und bis donnerstag ciao 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 ciao